hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kern in österreich und heute lego idea set nummer 21353 der botanische garten mit 3792 teilen das bis dato größte idea set was erschienen ist preis dürfte so um die 300 euro liegen das ist leider zum aufnahmezeitpunkt dieses videos noch nicht 100 prozentig kommuniziert worden es gibt noch kein press release oder sonst was ich hatte allerdings schon die möglichkeit während der fan media days in billund dieses set in natura zu sehen und uns sind die ganzen bezeichnen wir es mal als funktionen gezeigt worden so lässt sich hier kann man sehen alle dachteile abnehmen dass man besseren zugang zum innenraum bekommt es sind sehr sehr viele verschiedene pflanzenarten gebaut drinnen vorhanden es sind eine reihe von mini figuren enthalten die sehen wir hier es gibt auch neue teile gerade oben für die dach konstruktion war da irgendwas neu ich habe jetzt gar nicht mehr am schirm was das war ich glaube irgendein bogen in einem neuen in einer neuen größe also ja ist ding schaut einfach nur hammer aus ich kann es kaum erwarten zu bauen lasst uns anfangen so 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Oh nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.